Einmal Ölsardin und Milch. Ja, bei Hustenreiz hat sich schon oft bewährt. Ricola Schweizer Kräuterzucker, das Hustenbonbon mit 13 natürlichen Heilkräutern aus der Schweiz. Ricola Schweizer Kräuterzucker schmeckt einzigartig und ist von Natur aus wirksam. Kannst du mir mal deine Schlüssellein, klar? Kellogs Müslix schmeckt überall. Müslix ist gar nicht ganz klarer Fall. Müslix tut gut, genieß doch gescheiter. Und natürlich geht's weiter. Schoko, Haselnuss, Mandel, Traube, Kellogs Müslix, das Müsli im Riegel. Natürlich geht's weiter. Bisschen groß, wie? Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins. Was ist denn jetzt los? Fitness ist angesagt. Jogging und frischer Salat. Salat? Chef Salat, gekrönt mit meiner Soße, mit vielen feinen Kräutern und Gewürzen. Und die hast du selbst gemacht? Mit ein bisschen Hilfe von Knorr Salatkrönung. Nicht schlecht. Bin ich fit. Jetzt kann das Joggen ausfallen. Aber schön. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Mit Knorr bringt man gute Ideen auf den Tisch. Wo wollt ihr denn hin? Zeigen Sie es dir. Mit Reisegepäck von Delce. Zahlen, die bei Lotto mit System gespielt werden, gewinnen mit System. Deshalb trainiert Herr Krüger Freudensprünge. Wenn er gewinnt, muss er öfter springen als Normalspieler. Spielen mit System, gewinnen mit System. Man nehme Dr. Oetker, Neues von der modernen Kost. Für bewusste Ernährung gibt es viele spezielle Angebote, die zwar ernährungswissenschaftlich wertvoll sind, doch von Verbrauchern wissen wir, dass dabei der Geschmack meist zu kurz kommt. Dr. Oetker hat dafür eine Lösung. Leichter Tag. Ein neues, ausgewogenes Ernährungsprogramm aus der Tiefkühltruhe. Das können Sie von morgens bis abends genießen. Zum Frühstück gibt es das fruchtige Beerenmüsli. Und mittags gibt es zum Beispiel die zarte Putenbrust in Orangensauce mit Brokkoli und am Abend eine köstliche Weizenvollkorn-Schnitte. Sie sehen, Leichter Tag ist ein modernes Ernährungsprogramm für Genießer. Dr. Oetker. Qualität ist das beste Rezept. Fang du! Damit alles blitzt und blinkt. Stahlfix. Angelaufene Töpfe? Stahlfix. Gibt neuen Glanz und verhindert schnelles Wiederanlaufen. Stumpfe Pfannen und Kann? Stahlfix. Und alles strahlt. Ich auch. Und die Spüle? Glänzt wie neu und jetzt viel länger. Durch Abperlschutz. Stahlfix. Mit dem roten Dreieck. Und an die Erdbeeren können wir auch nicht ran. Oh, du hast schon gekocht. Eine echte Gemüsecremesuppe. Ah, lass mal probieren. Na? Und? Gemüse, Kartoffeln, Champignons. Schnittlauch, Knoblauch und Liebstöckel. So, so. Liebstöckel. Große Klasse. Meisterklasse. Denn die Meisterklasse ist wirklich klasse. Und dann kam der Drache. Wir machen den Weg frei. Volksbanden Reifeisenbanden. Mein Herz ist vorn. Markthalle Kiel. Valenzina beobachtet besonders wählerische Leute und fragt. Frau Kraus, welchen Apfelsinensaft trinken Sie denn am liebsten? Na, ich trinke am liebsten den frisch ausgepressten Orangensaft. Das sind Sie ja ganz schön wählerisch. Ja, weil ich meiner Familie was Gutes begleite. Probieren Sie doch mal diese drei Apfelsinensafte hier. Alle nicht frisch gepresst, sondern aus Apfelsinensaftkonzentrat. Ja, die eins. Und die Nummer zwei. Und die Nummer drei. Nun, welcher schmeckt Ihnen am besten? Die Nummer eins. Und wieso? Er schmeckt fast, er schmeckt, nee, er schmeckt nicht nur fast. Er schmeckt wie frisch ausgepresste Apfelsinensaft. Nicht frisch gepresst, aus Apfelsinensaftkonzentrat. Valenzina, müssen Sie mir das mal verraten, wo ich den kaufen kann. Tag für Tag entscheiden viele wie Frau Kraus. Wählerische Mütter wählen Valenzina. Dittmeiers Valenzina. Moderne Motoren müssen sauber laufen, damit sie ihre volle Kraft entfalten. Texaco-Kraftstoffe halten die Ventile sauber. Texaco mit Ultraclean. Die Kraft sauberer Ventile. Machstation bei Texaco. Ha, ist doch Kinderkram. Hamburg-Struhenseestraße. Die Kindergärtnerinnen machen Pause. Mit dem neuen Vollkorngebäck von Schneekoppe. So was Vernünftiges finde ich gut. Schon wegen der Kinder. Tja, was so natürlich ist, muss man einfach mögen. Kein Wunder bei den Zutaten. Oh, was haben die da? Kekse. Wer backt denn auch heute noch mit Vollkorn und Honig? Wollen wir die klauen, ja. Echt lecker. Da staunste Bauklötzer. Eben, 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 Eben. Die Kekse sind weg. Schneekoppe. Fünfmal neu. Schneekoppe Vollkorngebäck. Folgen Sie dem Ruf der Natur. Sind bloß zehn Tropfen. Sieben, acht, neun, zehn. Ich komme. Was wäre wenn? Wenn aus Spiel ernst würde. Wenn dieses Kind auf einmal allein da stünde. Wenn es ohne Eltern zurechtkommen müsste. Was wäre wenn? Fragen, auf die es mit Sicherheit eine Antwort gibt. Lebensversicherung. Damit sichern Sie Ihre Familie ab. Und sorgen finanziell vor für später. Lebensversicherung. Leben braucht Sicherheit. Die, ne, mene, muh und raus bist du. Seit 180 Jahren wird Krombacher Pilz mit frischem Felsquellwasser gebraut. Deshalb ist Krombacher Pilz einzigartig unter den besten Bieren Pilsener Brauart. Krombacher Pilz. Sein Felsquellwasser hat es berühmt gemacht. Getroffen! Mehr Spaß an Chips. Mehr Schmatz an Chips. Mehr Chips an Chips. Ferricci. Ferricci. Für zeitgemäß leichten Genuss. Mehr Lust auf Chips. Mehr Knack an Chips. Mehr Chips an Chips. Ferricci. Ferricci. Für zeitgemäß leichten Genuss. Ferricci. Unendlich lecker. Knabber leicht. Mh, mh, mh. Pass doch auf. Oh, ja. Lächeln nicht. Lächeln nicht denn bei den Stränden. Na ganz einfach. Und wie? Achso. Sonst noch was? Ja. Bei mir wirkt 8x4. 8x4-Deo. Zart zur Haut. Stark in der Wirkung. Na du Papagei. Ich lebe mein Leben ganz spontan, wenn ich kann. Ich bin so frei. Nescafé ist dabei. Ich liebe, was der Tag mir bringt, wenn's gelingt. Ich bin so frei. Nescafé ist dabei. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Einfach das Rezept mixen und den Eistraum einschalten. Na bitte. Schakaloka. Mh, köstlich. Der Eistraum von Philipps. Gibt's hier Krimi Tambo? Hä? Komm doch. Komm doch. Zur EM 88. Das dicke Programmheft vom Kicker. Alle Mannschaften. Alle Fakten. Im EM-Sonderheft vom Kicker. Guck, guck. Sie kennen ja alle den Pepsi-Test. Ich werde oft gefragt, warum wir bei diesem Test immer nur Pepsi zeigen und nicht die andere Cola. Das ist ganz einfach. Die andere wollen wir nicht zeigen. Wir wollen vielmehr, dass Sie sich selbst überzeugen. Das hat mein Vorschlag. Machen Sie den Pepsi-Test selbst. Dann wissen Sie, was Ihnen besser schmeckt und wer hier drunter steckt. Hm? Pepsi. Der Geschmack einer neuen Generation. Und zieh dich ja ordentlich an, wenn du dich bewirbst, Junge. Und kenn dir die Haare, mein Junge. Und benimm dich manierlich beim Vorstellungsgespräch. Wie man sich richtig bewirbt und was junge Leute zum Start in den Beruf alles brauchen, steht im kostenlosen Start-Service der Sparkasse. Es hat geklappt. Ich hab die Leerstelle bei Meier & Co. Und jetzt brauch ich ein Girokonto. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Hey, komm sie mir. Dir werd ich helfen, mit meinem Fahrrad zu fahren. Danke, das brauchst du nicht. Kann ich schon alleine. Kellogg's neues Kapitel der Müsli-Geschichte heißt Nutri-Grain. Nutri-Grain hat fünf wertvolle Getreidesorten, besonders aufeinander abgestimmte Nährwert und Geschmack. Mit dem Siegel Mehrwert optimiert, garantiert Kellogg's für höchste Qualität. Nutri-Grain, der neue Kellogg's Maßstab für Müsli-Qualität. Hey, was hast du denn da? Mein McDonald's Schülassel. Ja, zeig mal. Oh, mit Radiergummi-Bleistiften. Spitze und lineal. Oh, da ist ja überall Ronald McDonald's drauf. Herr Lerner, ich möchte mal ein Schülassel wieder haben. Schülassel, nur 1,95 bei McDonald's. Das wird ein prima Schnittmuster. Endlich hatten wir mal wieder einen ganzen Sonntag für uns allein. Da hab ich das Frühstück natürlich mit Liebe gemacht. Ich hab die frischen Bohnen von Chibu genommen und ganz frisch aufgebrüllt. Und als ich dann nach oben komme, schläfst er noch. Naja, da hab ich uns erst mal eine Tasse Kaffee eingeschenkt. Und mein Langschläfer ganz vorsichtig aufgeweckt. Tja, und als wir dann die erste Tasse trinken, lächelt er und sagt, weißt du noch, als du mich das erste Mal gefragt hast, ob ich noch einen Kaffee bei dir trinken will? Chibu, frische Bohnen. So. Diplona, gesunde Kopfhaut, schönes Haar Diplona. Diplona-Shampoos, Vitamine, Lecithin und Kräuterextrakte tief in die Kopfhaut. Diplona, gesunde Kopfhaut, schönes Haar Diplona. Das neue Diplona, gesunde Kopfhaut, schönes Haar Diplona. Hi Max, ich hab ihm Lotto gewonnen. Letzten Mittwoch in der zweiten Ziehung mit Formel 2. Hättest wohl nicht gedacht, dass du mich mal im Fernsehen siehst, hä? Na komm schon, mach'n Mund wieder zu. Lotto am Mittwoch, von führenden Millionären empfohlen. Wie immer? Wie immer. Einmal die Milch zum Anbeißen, die Weiße von Nestle. Die Milch zum Anbeißen? Tja, die Weiße von Nestle hat's in sich. Viel Gutes aus einem großen Glas Milch. Zum Anbeißen sahnig und so wertvoll. Die Weiße von Nestle. Mit Blumen von Risse kann man alles ein bisschen schöner sagen. Schöne Grüße von Blumen Risse. Na? Betten? Was diese Zahncreme kann, wird sie überzeugen. Der Mentadent C in der Silberpackung beugt Parodontose vor und bekämpft die Neubildung von hartem, hässlichem Zahnstein. Nur ihr Zahnarzt kann Zahnstein entfernen. Sie aber können mit dieser Mentadent C die Zahnsteinneubildung bekämpfen. Das hat ein Dreijahrestest bewiesen. Bekämpfen Sie Zahnstein, bevor er entsteht. Und nicht nur zweimal im Jahr. Mentadent C in der Silberpackung. Ein weiteres Produkt aus dem Mentadent C-Prophylaxe-Programm. Das lieben meine Labradors ganz besonders. Ihr tägliches Fass. Da toben sie rum und messen ihre Kräfte. Schon seit Jahren züchte ich Labradors hier am Niederrhein. Das ist Krog, mein Europasieger. Ich füttere Pahl, denn da sind fünf Sorten Fleisch drin. Und Pahl ist Qualität, die ich mischen kann. Ja, da hauen sie immer richtig rein. Und das Ergebnis sind Hunde wie er. Hunde, auf die man wirklich stolz sein kann. Pahl mit fünf Sorten Fleisch. Von erfolgreichen Züchtern empfohlen. Na? Die schönsten Pausen sind lila. Lila Pause, Olario. Jetzt gibt's von Milka Lila Pause. Die neuen Riegel, die so crisp und zart sind. Kornchrist, Nougatchrist, Joghurtchrist. Milka Lila Pause. Ein Genuss, bei dem man alles vergisst. Die schönsten Pausen sind lila. Lila Pause, Olario. Waschen Sie Ihr Haar, so oft Sie wollen. El Vital von L'Oreal pflegt es bei jedem Shampoo. Denn El Vital ist nicht nur schonend, es gibt auch jedem Haartyp wirksame Pflege. Für glänzendes, vitales Haar. Mit Protein, Vitamin oder Jojoba. El Vital von L'Oreal. Wirksam und schonend, jeden Tag. Na, du Weihnachtsmann? Heute in der Hot Wheels Action Arena. Die XV-Racer am Stammt. Die starten auf Heck, Front oder Seite. Und los geht's. Die XV-Racer von Hot Wheels. Mit Jakobs, Mürf und Fein. Wohooo! Mäntos, Kau-Trage, Mäntos, Kau-Trage, Mäntos, Kau-Trage, Mäntos, Kau-Trage, Mäntos, Kau-Trage. Ein neuer Tag beginnt, Mäntos, Kau-Trage, Mäntos, Kau-Trage. Mäntos, Kau-Trage. Mäntos, Kau-Trage. Gute Neuigkeiten für Genießer. Delight Menüs von Iglo. Delight schmeckt gut und Delight tut gut. Delight ist gut für Leib und Seele. Das ist ja ein Bild von einem Bild. Entdecken Sie die Schönheit Ihres Gesichts mit einer neuen Pflegeserie. Nivea Gesicht. Nivea Gesicht ist reich an besonderen, wertvollen Wirkstoffen. Nivea Gesicht gibt Ihre Haut alles, was sie braucht, um jung und geschmeidig zu sein. Nivea Gesicht. Die Entdeckung Ihrer natürlichen Schönheit. Mein Sicherheitsauto. Machen Sie sich auf den Weg zur echten Würze. Wäckwühler Pilsener. Würze und ein Schluckabenteuer. Hey, komm, mach mit, zeig, was dir schmeckt. Reiner, der Paiselsnack. Milch, Schokolade und Karamell. Zweimal feiner Krüßmann Keks. Reiner, der Paiselsnack. In deiner Hand die große Frische? Ja, hier. Ah, Wigley Spermint. Wigley Spermint schmeckt frisch. Viel frischer, einfach riesenfrisch. Wigley Spermint. Ist riesig was los. Die Frische wird groß. Fühl dich frisch mit Wigley Spermint. Dem großen Geschmack, der riesenverschmacht. Wigley Spermint gum, gum, gum. Wigley Spermint gum. Nimm die große, echte Frische. Sei mir nicht böse, Babsi, aber... Darf ich mal ein ganz offenes Wort mit dir sprechen? Aber ja doch, Ingrid. Schmeckt dir etwa mein Kaffee nicht? Doch, dein Kaffee ist wunderbar. Nein, es geht um was anderes. Es... Es geht um dein WC. Mein WC? Weißt du, Babsi, vielleicht solltest du wirklich mal... Aber ich putze es doch jeden Tag. Es ist doch ganz sauber. Doch, sauber ist es schon. Aber ist es auch kristallrein? Kristallrein? Ja, Babsi. Kristallrein durch Zambokristall. Zambokristall ist der einzige WC-Reiniger, der deine Toilette wirklich kristallrein macht. Ingrid, komm schnell, du musst dir mein WC ansehen. Donnerwetter, Babsi. Das ist ja nicht nur sauber, das ist ja kristallrein. Siehst du, Babsi, ein offenes Wort kann Wunder werken. Danke, Ingrid. Kristallrein, dank Zambokristall. Das neue Duschdass, das Duschass. Schon beim Öffnen merken sie, es ist ganz anders. Denn Duschen mit Duschdass belebt sie und weckt ungeahnte Kräfte in ihnen. Duschdass, das Duschass. Also wundern sie sich nicht, wenn ungewöhnliche Dinge passieren. Duschdass, das Duschass. Das fällt auch anderen auf. Duschdass, das Duschass. Viermal neu mit Hängeclip. Komm ich morgens ins Bar, ist die Welt noch fast. Ich brauch mein Krälo, den Duf von Krälo. Und der Tag kann kommen, diese Dufte steckt an. Und schon bald, merkt jedermann, das ist mein Krälo. Krälo. Mein Krälo. Das neue Krälo. Frische, die hält. Duft, der gefällt. Wenn Hunger uns packt, muss Herzhaftes her. Bifi und neu Jumbo Bifi. Bifi allein, Bifi zu zweit. Bifi zu dritt. Bifi muss mit. Ich bin das Vilosa-Männchen. Pustelinchen tun gut und schmecken gut. Und Pustelinchen von Vilosa. Kellops-Müsli schmeckt überall. Müsli ist gar nicht, ganz klarer Fall. Müsli ist so gut, genießt auch gescheiter. Und natürlich geht's weiter. Schoko, Hasen, Mandel, Graube, Kellops-Müsli. Das Müsli im Riegel. Natürlich geht's weiter. Hier sind die Bonbons auch nicht. Wurst leben, sich bewegen. Wer so viel Spaß am Fitsein hat, der macht auch mit, wenn's um eine leicht bekömmliche Ernährung geht. Nimm Flora Soft, die leichte Flora Soft. Leicht hält dich fit. Nimm Flora Soft und mach mit. Sie ist reinpflanzlich und leicht bekömmlich. Flora Soft, leicht hält dich fit. Man ist hier bei Baron de la Grange. Er verwöhnt seine adeligen Gäste wieder mit außergewöhnlichen Genüssen. Gustave Rocher, s'il vous plaît. Tout de suite, Herr Baron. Jetzt kommt Rocher. Rocher? Rocher. Ferrero. Von Ferrero. Muss ja gut, sie ein Adel verpflichtet. Exemplar. Dieses Rocher. Lieber Baron, dieses Rocher bleibt doch unter Hund. Aber mir könnten Sie doch eine Kiste verkaufen. Ferrero Rocher. Die Adelte. Aufgewacht. Der Winterschlaf ist vorüber. Ronnys Popshow. 32 Frühjahrshit. Hard wie die ersten Sonnenstrahlen. Stark wie eine neue Liebe. Ronnys Popshow Nummer 13. Ronnys Popshow hab ich lieb. Malteser Kreuz, Herr Strack? Man gönnt sich ja sonst nichts. Malteser Kreuz hat gute Freunde. Los mit vorne Eindruck machen. So kennen ihn alle. Andre, du bist gut drauf. Geh rein und mach dein Tor. So kennen ihn wenige. Bravo Jungs! Meine Jungs müssen fit sein, darum trinken wir Wiedermalz. Von berühmten Trainern empfohlen. Wiedermalz. Sau stark. Wiedermalz von Natur aus stark. Und schmeckt. Bibi. Hier spricht ein Mann. Ich soll was vertragen. Das ist neu, das ist toll. Das ist Bibi-Roll. Die Mini-Sonder-Army. Mit Bibi-Roll herum. Das ist neu, das ist toll. Das ist Bibi-Roll. Die Mini-Sonder-Army. Mit Bibi-Roll. Malteser Kreuz, Herr Krug. Ah ja. Eiskalt. Man gönnt sich ja sonst nichts. Bateser Kreuz hat gute Freunde. Und der Mundgeruch. Und die Bierfahne. Und auch noch Rauchen. Sicher für Mundgeruch. Dieser Quick und dieser Quick Fresh für stundenreinen, frischen Atem. Und die Bierfahne. 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 Endlich hab ich dich gefunden. Du schenkst mir süße Stunden. Ohne Gleiche. Dein Herz aus Schokolade Ist für andere viel zu schade. Du verwöhnt mich ohne Gleiche. Ohne Gleiche. Unbeschreiblich köstliche Schokolade-Spezialität von Balsen. Wir sind die Wautzes. Haben keine Mama. Haben keine Mama. Niemals hat uns weh. Arme, arme Wautzes. Bitte, lasst uns raus. Ja, alle liebsten. Haben Sie ein Herz für Wautzes. Helfen Sie Wunden aus dem Tierheim. Holen Sie sich einen. Großspielwaren. Nach der Ausstellung könnten wir doch noch meine Eltern zu uns einladen. Da lass mich aber erstmal nachschauen, was wir anbieten können. Du, ein Weinbrand. Weinbrand, ja, aber nicht irgendein. Na, so riesig werden die Unterschiede wohl kaum sein. Riesig nicht, aber fein. Mh, Chantré. Sag bloß, den hast du am Geschmack erkannt. Ist doch sein Lieblingsweinbrand. Weich und unnügend Geschmack. Der weiche Chantré. Chantré. Man genießt den feinen Unterschied. Mh, 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 mh. Hallo, ich bin's. Der Kuschel von Kuschelweich. Endlich Ferien. Und dazu sehen Sie nur diese kuschelig weichen Strandtücher. Und Polohemden. Und Polohemden. Duftig frisch. Kuschelweich. Superkonzentrat. Wer weiches mag, mag mich. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ich hab nur einen gefunden. Eigentlich, dass die Schilddrüsenkrankheit für unsere Sittiche lebensbedrohend ist. Dieser kleine Freund ist kerngesund, denn sein Futter enthält das lebenswichtige Jod, das ihn schützt. Sie bekommen Trill und zur Abwechslung die knusprigen Trill-Honigleckerwissen. Trill schützt vor der Schilddrüsenkrankheit. Ich seh' dich. Tschüss, zu klein. Schnute! Erknippst die Sterne an? Mann, du Dreckspatz. Eins, zwei, drei. Eins. Von vorgestern. Ey! Wir sehen uns beim nächsten Mal.